hallo und herzlich willkommen beim höhlensimulator nein das war natürlich ein scherz wir sind hier bei the forest und waren ja letztens hier in diese höhle gegangen und bevor uns hier was passiert habe ich gesagt okay pass auf wir packen jetzt hier einfach den shop und werden jetzt hier natürlich weiterhin noch zähne brauchen dann ist die schon mal soweit aufgepimpt sage ich jetzt einfach mal so ach so ihr wisst so was haben wir hier wieder ein kopf also ihr seht hier ist noch nichts gefixt aber wir sind mutig was ist da hinten ich will es sehen so jetzt muss ich mal kurz überlegen wir sind von da gekommen das heißt uns bleibt ja eigentlich nur der weg dahin weiter hoch kommen wir ja nicht okay wir haben hier das das lager das heißt wir können uns notfalls so eine lampe werden wir uns auch noch bauen und falls der haben sollten auf damit kommen wir halt wieder an diesem punkt zurück ich würde sagen es ist okay ach gollum ist auch wieder da witzig verarschen alter ernsthaft jawohl jawohl so wir können da lang und wir können da lang ganz ehrlich ich fürchte schon dass es nicht die höhle ist die ich gesucht habe so jetzt so ich befürchte es aber naja gut wir lassen uns davon jetzt hier nicht abschrecken okay wir sind wagemutig oh was haben wir hier seil können wir nicht hier brauchen aber wir haben oh mein gott hier so hier geht es anscheinend auch nicht weiter seil haben wir echt genug vier seile ja tatsächlich so ho 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 ja dann schauen wir mal weiter was es hier so gibt ne ich habe keine ahnung wo wir hier hinkommen das kommt mir so bekannt vor wir sind doch wohl nicht jetzt gerade eben umkreis gelaufen oder täuscht das jetzt so ne bisschen was für die stoffindustrie machen und hier das gute alte papiergeld wo sind wir denn hier sind wir hierher gekommen ich habe keine ahnung ich bin verwirrt tatsächlich hier sind wir her gekommen das ist ja jetzt so ganz kurios wir sind also hier lang und dann ist da unser ah ok dann gehen wir mal hier lang in der hoffnung dass wir nicht wieder wartet mal leuchtfackeln ausrüsten da sehe ich doch schon wieder ein ich habe mich getroffen wir müssen aber echt langsam gehen ich habe doch nicht getroffen hey wo ist mein einer ach hier liegt ein stock hey wo ist mein einer pfeil hin oder ist er einfach durch geflogen wir schauen einfach mal da oben geht es noch lang das kommt mir alles so bekannt vor ich bin mir aber nicht sicher ich kann doch jetzt hier nicht die ganze hier scheint es auf jeden fall nicht weiter zu gehen das scheint einfach nur ja ja das ist halt einfach nur irgendein lager zu sein oder irgendein unterirdischer see uns ist kalt aha da geht es also hoch das heißt da geht es runter da kann man anschein tauchen dir ist kalt dir ist so kalt was haben wir hier oh haarspray wartet mal ich zünde mal kurz das hier an damit es nicht mehr kalt ist wir haben eine kassette gesammelt ah hier wir haben ja schon zwei nun weiß ich nicht ob ich die hier abspielen darf bezüglich äh gehen wir geschützter musik okay würde ich sagen dann gehen wir mal da hoch das ist echt laut wenn ich das zu laut ist dann äh schaltet ruhig runter so und dann gehen wir hier hoch ähm und ich habe vergessen den timer zu starten aber naja okay das ist egal ich höre dann irgendwann auf wenn ich das gefühl habe die zeit ist reif für ein wenig zärtlichkeit neues outfit was haben wir denn hier ich brauche immer langärmliches dunkel geschlossenes hemd das ist das ja geschlossenes hemd blau blaues hemd mit knöpfen blaue jeans und graues t-shirt das können wir eigentlich ablegen grüner hoodie grünes hoodie und blaue jeans beste und schwarz was ist das so hier ist oh was ist das eine zeichnung sie sich zeigt ein kleines kind und ein könnte das themi hinterlassen haben ich habe keine ahnung ob wir hier richtig sind also alkohol ne da können wir uns echt die kante geben aber was scheint das wieder lang müssen da wir noch keine tauchausrüstung haben bringt uns das ja alles nichts ich will mich mal kurz ducken die frage ist wo kommen wir hier raus und ist das hier safe ah ok ich weiß wo wir sind hier sind wir hergekommen schon wieder ok also hier scheinen wir anscheinend hier scheinen wir anscheinend nichts weiter machen zu können dann würde ich einfach sagen hoch gehen wir dann auch raus hier aus der höhle jetzt muss ich nun mal gucken wo der ausgang war und dann werden wir wahrscheinlich später hier wieder weitermachen können wenn wir die tauchausrüstung haben denn anscheinend müssen wir dadurch dieses eine loch tauchen nun gut so sei es wo geht es raus hier ist unser hier ist unser mein gott hier noch eine kohol eine so lang na gut wir gehen jetzt mal hier lang hier scheint ja auch nichts wirklich zu sein oder hier ist ein seil das klettern wir mal hoch aha so dann gehen wir hier lang schokoriegel oder irgendwie sowas da ist noch was ein geäußert ein geäußert ein geäußert ein geäußert irgendwas mit parents ähm hoch dazu aber kurz nach was ist das oh ne karte ok schmerzmittel wo zur hölle sind wir passagier gefunden herzlichen glückwunsch sie haben ihr ziel nicht erreicht so ihr wisst hallo hallo bisschen kontenance wenn ich bitten darf so haarspray braucht man nicht das haben wir alkohol sind wir auch gut dabei oh nein ich weiß wo wir sind wir sind an einem lager wenn wir jetzt hier raus gehen wenn wir wenn ist es ja so wenn wir von den einwohnern praktisch bewusstlos geschlagen werden werden wir genau in diese höhle gebracht guckt mal hier ergo heißt es jetzt für uns fang den ball wir müssen uns beeilen ok ok wir können nicht mehr so da mitnehmen aber ok es gibt hier irgendwo dynamit ich weiß es die frage ist nur wie schnell sind wir jetzt beim sammeln ich glaube wir müssen ernsthaft wir müssen ernsthaft ähm ich komm grad nicht aufs wort wir müssen ernsthaft gucken wo ist unser Haus da ist der Strand aber wo ist unser Haus mir war so als gäbe es hier kleine ah da ach das sind signal oder gab es hier dynamit ne das sind die päckchen die verloren gegangen sind und die ihr nicht mehr wieder bekommt ah hier dynamit werden wir später noch brauchen ist von ja von großer wichtigkeit jetzt nicht aber es ist schon wichtig so batterien hier oh ja alkohol da ist ein so das kann doch eigentlich nur das da unsere behausung sein unser unterstand mal schauen wir könnten natürlich auch jetzt hier runter rutschen mit dem ich zeig euch das mal kurz wie war das genau so kann man irgendwie schlitten fahren aber es funktioniert halt nicht immer ne ich muss echt erstmal nach hause ich habe keine ahnung wo wir sind und ich habe echt keine lust hier im dunkeln lang zu rennen wir schauen einfach mal nach wir schauen einfach mal nach okay ich dachte das wäre was wichtiges was haben wir hier aha okay wir wissen auf jeden fall wo wir sind ich muss nur halt immer hinhören dass uns nicht die ureinwohner überraschen da ist jetzt das das okay das heißt wir sind eigentlich nicht ganz so weit weg von unserem zu hause es wird dunkel das heißt wir ruhen uns kurz aus oder wir machen das licht aus hier ist auch noch mal so ein teich so den haben wir ja schon eine höhle ach hier ist die höhle die ich gesucht habe dann gehen wir doch da gleich rein oh verzeihung ich habe einen schluck auf augenblick so ich habe da mal schnell was getrunken jetzt macht das licht an hier eh haben wir denn eigentlich irgendwas ne haben wir nicht denn hier gibt es schon die ersten dinge die wir finden können wenn ich recht im bilde bin und das bin ich meistens nie wer meine videos kennt ich bin manchmal verpeilt ich höre was ich höre was wo seid ihr da ist er wo ist er hin wo ist er hin ciao komm jetzt geht doch silenzio so ich glaube das waren die einzigsten hier weil das glaube die allererste höhle ist die man findet oh gott wir sind blut überströmt aber wir dürfen nichts vergessen was haben wir hier eine platine oder sowas das können wir nicht gebrauchen jetzt macht doch mal das licht an verdammt was haben wir hier hier ist nichts was und wir haben gefunden noch ein bitt so und so ähm hä eigentlich sollte hier was sein ach so okay ach komm halt punkt 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 ciao doch mal ein bisschen licht die stört das ja nicht das war's na gut dann sind wir halt einmal gestorben oder auch nicht das ist jetzt die große frage genau schaut mal an wir gelandet sind ihr werdet euch daran erinnern da kommen wir nämlich gerade her das gute ist wenn wir halten dann wir halten unser inventar praktisch und dann müssen wir halt wieder da hoch und dann würde ich sagen wir gehen jetzt noch schnell ins lager zurück und werden dann in der nächsten folge perfekt in der nächsten folge werden wir dann diese hülle nochmal suchen und äh wo ist denn unser haus da in die richtung müssen wir ich muss uns erstmal heilen so prima haben wir wieder gut gemacht wir gehen gleich hier lang dann brauchen wir nicht in Richtung Strand gehen ich hoffe das passt so ja dumm di dumm di dumm ja ne wir gehen erstmal in Richtung Behausung und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dahin ciao